Unterschiedliche KI-Anwendungen haben 2023 Einzug in die Erwachsenenbildung gehalten und werden teilweise schon intensiv genutzt. Große Sprachmodelle wie ChatGBT nehmen uns Textentwürfe ab und können bei der Lehrplanung oder beim Lernen unterstützen. Bildgeneratoren, Powerpoint-Generatoren, Videogeneratoren etc. generieren Unterrichtsmaterialien und Chat-fähige Skripten können als Kursunterlagen dienen. Aber die Entwicklung geht natürlich weiter und ich darf Ihnen hier einige Möglichkeiten zum Weiterlernen vorstellen. Als strukturierte Form des Weiterlernens ist eine KI-Serie auf Erwachsenenbildung.at geplant, die 2024 mit einem Termin pro Monat umgesetzt werden soll. Hier werden wir uns jeden Monat ein KI-Tool in seiner Anwendung für die Erwachsenenbildung genau ansehen und zwar mit einem Video-Tutorial kombiniert mit einem Live-Online-Meeting zum Reflektieren und Ausprobieren. Und das alles wird mit einer Nachlese kombiniert. Geplant ist auch, dass man nach dem Absolvieren aller Lerneinheiten ein KI-Zertifikat für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner erwerben kann. Inhaltlich wollen wir dabei auf die jeweils neuesten Entwicklungen eingehen. Dazu gehört aus jetziger Sicht die noch stärkere Verwendung von Co-Piloten bzw. die Kombination von Suchmaschinen mit KI oder die Verwendung von KI-Tools zum lokalen Installieren im Sinne der Privacy, soweit diese Entwicklungen für die Erwachsenenbildung eben relevant sind. Ich freue mich sehr, dass wir dafür David Röthler als Kooperationspartner gewinnen konnten. Und ich bitte David gleich, uns eine weitere Lernmöglichkeit vorzustellen. Das Thema KI beschäftigt auch die Online-Community Denkbar, die sich regelmäßig online trifft. Und es findet dort ein sehr lebendiger Austausch zu aktuellen KI-Themen statt. Offen für alle! Die nächste punktuelle Weiterbildung zur KI gibt es am 13. und 14. November in Form einer Online-Tagung der Gruppe DICLAB am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, unter dem dient Künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung eine Provokation. Hier planen wir eine vertiefte Diskussion der konkreten Anwendungsmöglichkeiten generativer KI in der Erwachsenenbildung, aber auch eine Reflexion dessen, was KI für unsere Didaktik, für unser Berufsbild und für die Erwachsenenbildung ganz generell bedeutet. Danach gibt es ein Angebot, um sich über die Potenziale und Risiken von KI für die politische Bildung und Partizipation auszutauschen. Und zwar bei einer weiteren Veranstaltung von David Rödler, den ich wiederum ein paar Worte dazu bitte. Anfang 2024 wird ein Barcamp, ein Online-Barcamp zum Thema Künstliche Intelligenz und politische Teilhabe stattfinden. Finanziert wird dieses Online-Barcamp von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Weiters darf ich Ihnen einige MOOCs empfehlen, die wirklich guten und grundlegenden Content zur Künstlichen Intelligenz bieten. Zwar nicht direkt in Verbindung mit der Erwachsenenbildung, aber sehr hilfreich und interessant. Da ist zum einen das Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam mit hochwertigen, kostenlosen und frei zugänglichen Kursen zu Big Data and AI. Und in diesem Themenbereich werden Sie ganz sicher fündig. Und auch der deutsche KI-Campus bietet dank Förderung des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung frei zugängliche Kurse, Videos und Podcasts rund um künstliche Intelligenz. Und auf iMOOCs kann man sich einen Kurs anschauen, der vollständig mit KI erstellt wurde und alle verwendeten Prompts offenlegt. Auch daraus lässt sich vieles lernen. Die Rede ist vom MOOC Societech, die Gesellschaft im Kontext der Informationstechnologie. Ein echter Klassiker und noch immer hilfreich ist der massenhaft genutzte Kurs Elements of AI, der auch in einer deutschsprachigen Version verfügbar ist. Und wenn Sie am MOOC Hub nach künstlicher Intelligenz suchen, dann werden Sie noch eine Reihe weiterer kostenloser KI-Kurse aus dem deutschsprachigen Hochschulraum finden. Außerdem darf ich Sie einladen, immer wieder in den Weiterbildungskalender zur digitalen Professionalisierung von Erwachsenenbildnerinnen zu schauen. Da kommen laufend neue Angebote dazu, auch zum Thema KI und Erwachsenenbildung. Sie sehen, Lernangebote gibt es reichlich und mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir. Ich habe beim Lernen über KI festgestellt, dass ich einen guten Mix brauche, nämlich Input aus verschiedenen Perspektiven, abwechselnd mit eigener Erprobung und kollegialem Austausch. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Spaß beim Weiterlernen und würde mich freuen, Sie bald wiederzusehen.